pa pa pappapa pa pa pappapa pa pa pappapa Wie langsley... wie langsam das sich aufgebaut hat. Aloha, meine Lieben und willkommen zu einer neuen Episode von Seven Days to Die. Neue Aufnahmesession. Nach der Feralnacht, ich weiß gerade gar nicht mal wieder, es ist zwei Wochen her, immer die gleiche Leia. Was ich hier alles tun wollte. Ich weiß nur, dass ich voll bin bis unter das Dach. Super, ober, hyper episch. Wäre natürlich eine Brücke, dass ich nicht unterirdisch laufen muss. Ich glaube, das wird ein Langzeitprojekt werden und ich glaube, ich brauche da nicht unbedingt nur Zement für. Vielleicht für die beiden untersten, sodass ich dann darüber kann. Meine soooohne Riesenarbeit ist das jetzt auch nicht vielleicht. Doch. Okay. Gut. Ich lasse diese Waffe mal hier. Ich habe hier noch Dingensbumm. Entschuldigung, dass die, süß ja die Glocken, die klingen hinter mir. Sonntags, ne? Das ist halt meine Aufnahmetag. Was willst du machen? Da ist hier Kling, Klong, Kling. Ohne Unterlass. So. Wir haben die Shotgun am Start. Was können wir denn hier noch mitnehmen? Habe ich meine... Okay, die Lampe habe ich noch im Kopf. Die kann ich jetzt aber mal ausmachen. Ich nehme noch mal das mit und das mit. Dann laufen wir mal eben zurück. Tag 6... Oh Gott. Äh. Warum ist das jetzt passiert? Was war denn das jetzt für eine Nummer? Oh, nee. Jetzt kann ich mich hier komplett rausbauen, ey. Hate is my... Mama, Mama, Mama. Ne. Alter, wieso ist denn das jetzt... Warum? Warum ist das jetzt passiert? Warum? Das macht einfach überhaupt keinen Sinn. Oh, Leute. Ich überlege, diese Aufnahme zu beenden und nochmal hinzufangen. Aber nein. Sowas machen wir nicht. Diese 36 Holztaten jetzt echt weh. Und du... An dir wird es jetzt ausgebadet. Und sie ist nicht tot? Warum bist du nicht tot? Oh, ich dachte jetzt, du wärst näher, als du bist. Wenigstens gehst du down. Wenigstens gehst du down. Okay. Mann, doh. 35 war Feralenacht, 36 ist jetzt auch schon fast vorbei. Okay, dann könnten wir als nächstes ja mal in Angriff nehmen, ähm, oberirdisch diese beiden wunderbaren, äh, Blöcke zu verbinden. Ich weiß noch nicht ganz genau. Ah, hier ist auch noch so viel Schiss drin, ey. Das ist ein bisschen traurig. Ich hab noch keine Hasen mit Boots gefunden, was ich sehr traurig finde, denn die sind wunderschön. Wisst ihr? Das ist auch wichtig, dass man manchmal schöne Schuhe hat. So, hier sortieren wir mal eben. Achso, wir haben noch eine Crossbow, um diese zu reparieren. Das geht aber noch. Ähm, brum, brum, brum. Hier tun wir das noch rein. Mein Gott, haben wir viel Scheiße in der Tasche. Ich hasse. Ihr wisst, wie sehr ich sortieren. Hasse. Ich hasse es. Nee, das macht keinen Spaß. Oh, ich kann hier nochmal jede Menge kombinieren. Sollte ich auch mal machen. Ich sollte auch nochmal zum, zum, ähm, Dingens fahren. Zum Trader, t-t-t-t-Trader. Okay, hier tun wir mal diese Bandage rein. Ähm, wir tun die auch mal hier rein. Das Sandwich kommt da rein. Dart kommt da rein. Dart kommt da auch rein, ne? Ja, wenigstens geht das schnell. Die Knochen kommen ja auch rein. Oh, nice. Wir haben schon einige Knochen. Ähm, 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 das kommt da rein, das kommt noch da rein. Okay, wir brauchen definitiv noch Bugshot. Und, ähm, wie heißt denn das andere? Bugshot, hier, genau, die Bullet Tips. Das ist beides Lead. Und das müssen wir weiter besorgen. Okay, hier haben wir die. Ich glaube, ich... Ähm, äh, boah, Konkrete ist halt sehr teuer, ne? Ich glaube, ich sollte... Ich werde jetzt nochmal Clay besorgen und, und, äh, noch ein paar Steine dann in der Nacht abbauen. Okay, die Repair Kits. Ich tue die auch mal hier mit rein. Ich hoffe, dass das, äh, später, wenn ich danach suche, auch noch Sinn macht, dass ich die da reingetan habe. Okay, die Pickaxe kommt hier hin. Und ich tue hier aber nochmal das Eisen weg. Ja, wir brauchen noch jede Menge Holz. Okay, hier kommt der Mini-Bike-Schüssel rein. Okay. Wir brauchen Holz, wir brauchen Clay, wir brauchen Stein. Ey, sag mal, kannst du mir mal verraten, warum ich immer in die Hocke gehe? Okay. Das weiß kein Mensch. Das wird mich noch umbringen. Das ist... So viel steht fest. Und dieser Aufgang ist auch Schese. Ah. Oh, jetzt müssen wir auch noch ernten. Hm. Ja, dann machen wir das mal eben schnell. Okay. Krass. Ich werde daraus jetzt mal komplette Seeds machen. Das dauert bestimmt... Ach, du heilige Scheiße. Dann kann ich den Rest da in die Büchse tun. Weil, äh, das dauert sonst immer so lange, wenn ich hier... Dann kann ich die direkt wieder da reinballern. So, hier nehmen wir... Oh. Gott. Maze, das erinnert mich wieder an das, äh, wunderbare, äh, Game, was wir im Stream gespielt haben. Maze. Ähm, ich werde auch hier mal eben diese, ähm, äh, ja, News verkünden. Das hört sich jetzt, äh, fetter an, als es ist. Im Moment, muss ich sagen, ist das Forest Let's Play, macht mir nicht mehr ganz so viel Spaß. Gerade aktuell. Also, was heißt, macht mir nicht ganz so viel Spaß? Ja, doch. Man kann es so sagen. Denn, ich habe immer das Gefühl, ich muss mich eher quälen, das zu machen. Und das ist ja nicht Sinn der Sache. Deswegen, ähm, lege ich das jetzt erstmal ein bisschen auf Eis, weil wir haben im Stream die Story durchgespielt. Ich hatte das angefangen, als wir es noch nicht durchgespielt hatten. Und so ein bisschen fehlt die Motivation. Ich finde diese verkackte Arschloch-Axt nicht. Und, ähm, deswegen, ähm... Äh? They call me hate, because that's my name. My name is what? My name is, aw, my name is a hater. Okay, drei rein. Kartoffeln. Potatoes are good for us. Sorry, Potatoes. Dass ich dich nicht zu deinen Brüdern und Schwestern auf den richtigen Grund gepackt habe. So. Egal, wir ignorieren es einfach, dass das passiert ist. Ja, und deswegen, ne? Deswegen gibt es eine Pause von Schwestern. Und, äh, ja. Ich mache hier auch Cornseeds. Ich ballere das jetzt komplett durch. Hier, da, die ballere ich auch komplett durch. Und das ballere ich auch komplett durch. Das wird alles 48.000 Jahre jetzt dauern hier. So. Deswegen werden wir dann gleich weiter anpflanzen. Okay, hier läuft das noch durch. Wir gucken jetzt einfach mal, ob wir hier noch, äh, ach, da ist doch ein Clayfeld. Guck mal. Dann können wir doch, wo ich immer mit dem, ähm, Minibike reinfahre. Äh, dann können wir doch hier mal, ja, habe ich hier nicht schon irgendwo ein Loch gegraben? Da vorne. Dann machen wir doch hier einfach mal weiter. Und, äh, können die Zeit vernünftig nutzen. In der Zeit, wo das hier durchcraftet. Ja, aber kennt ihr das, ne? Also mit den Let's Plays ist es so, wenn du dich halt für die Aufnahmen quälen musst, dann macht's halt keinen Spaß mehr. Dann, dann, äh, dann merkt man das auch. Und, äh, dann ist man irgendwie von jedem Scheiß, der da passiert, genervt. Und das ist ja auch nicht so eine Sache. Deswegen, ähm, machen wir, äh, es ist nicht für immer abgeschrieben. Vielleicht doch. Aber ich, das ist jetzt nicht die Absicht, sagen wir es so. Das ist jetzt nicht die Intention dieser Pause. Dass ich dann denke, äh, es kriegt in Vergessenheit und keiner erinnert sich mehr daran. Und dann, uh, ist the forest weg. Ähm, ich werde sicherlich auch nochmal Lust kriegen. Und es tut mir leid für diejenigen, die sich da wirklich immer drauf gefreut haben, falls es da jemanden von gibt, der wahrscheinlich dieses Let's Play gar nicht guckt, weil er the forest guckt. Aber da werde ich dann, ähm, auf dem Kanal eine, oh ne, jetzt bin ich bei Erde. Dann werde ich auf dem Kanal eine, ähm, auch hier quasi so eine Nachricht hinterlassen. Und, äh, das dann dort beschreiben. Es ist halt auch immer schwierig mit den Aufnahmeterminen. Ich muss das auch mal, glaube ich, unter der Woche ein bisschen Geschisse kriegen, was aufzunehmen, weil ich habe halt immer das Hammerstress-Wochenende und, ähm, bleibt halt nicht so was übrig wie mal Familie besuchen, was halt total kacke ist, weil man halt das ganze Wochenende vollgeballert hat. Meistens ist ja auch Freitags-Stream-Tag, Samstags-Stream-Tag und, ähm, ja. Und Mamis und Papis und Schwestern sind wichtig, ne? Das ist, äh, ja. Ich glaube, ich schaffe es dann sogar eher, meine Eltern mal nach der Arbeit unter der Woche zu besuchen, weil das Wochenende ist auch so generell immer total voll und, äh, nötig. Es ist immer sehr nötig. Sind immer noch die Kartoffeln dran? Okay, die sind jetzt fetch. Ich nehme, ich ba... Kommt jetzt eine Horde oder nur ihr Bein? Ja, geil. Ja, nice. Oh, oh. Huah! Geil. Ich hoffe, ich habe die bis... Ey, fuck off, du Arsch! Boah, die sind aber heute, bin ich aber nicht so gut im Treffen. Das ist ja wunderbar, was hier gerade passiert. Heute Ausdruck der hässlichen Kleider, oder was? Och, Leute. Ich, ich mache hier... Oh, wo ist... Was hat ihr alles dabei? Ich mache hier neben mir nichts, hier nichts Gartenarbeit. Und was macht ihr? Äh, guck mal. Die, die Vierlinge sind... Fünflinge sind unterwegs. Aber es bringt Punkte. Wollen wir uns mal nicht beschweren. Ey, hey, macht voll ein auf... Chuck Norris. Hui. Da wollte ich mich jetzt gerade mit dem Arm da hauen. Ist nicht so effektiv. So. Mann, lasst mich doch in Ruhe, ihr blöden Penner. Leute. That escalated quickly. Gartenarbeit mal anders. Oh, scrapity-dudai. Ach, ist immer noch nicht fertig. Musst du mal gucken, dass hier bald fertig ist. Oh, der Himmel. Oh, der Himmel. Oh. 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 Oh, voll daneben. Okay. Leichen pflastert in ihren Weg. Aber ich hätte gerne schon... ...ähm... ...den... ...Glue. Wir räumen mal eben Seeds hier rein. Und da müssen wir morgen unbedingt dran denken, hier weiterzumachen. Ich tue auch mal die Erde hier rein. Boah, der ist immer noch nicht fertig hier. Wo hat das denn Glue, ne? Ne. Wo war denn der Gluemensch? Wo war denn jetzt der Gluemensch? Äh... ...ähm... ...ähm... Ne. Okay, das kann ich auch mitnehmen. Hä? Das check ich jetzt nicht. Du? Ne. Du? Fuck off! Wollt ihr mich trollen? Keine Ahnung. Wir haben heute leider keine Klebe für dich. Okay. Ja, dann... Ja, guck mal hier. Waren einige, wa? Okay, wir tun jetzt hier mal... ...die ganzen Seeds... ...rein. Ach nee, da laufen ja auch ewig viele durch. Cool, dann können wir am nächsten Tag... ...eben schnell anpflanzen. Ich... Ah, ich hab kein Potassium, ne? Wir müssen unbedingt mal ins Schneegebiet laufen. Um dort... ... äh... ...Potassium... ...zu besorgen. Wir haben hier nirgendwo Potassium, ne? Schüsse. Okay. Dann, äh... Ja, nun gut. Wie lange nehmen wir auf? 16 Minuten, alles klar. Da geht... ...geht da noch was? Ähm... Ich möchte gerne ein Miets-Do essen. Ich glaube, das muss ich auch. 90, dann essen wir noch einen hinterher. Äh, diese... Ah, das ist falsch hier. Ähm... Bin ich schon wieder... Wieso hocke ich eigentlich die ganze Zeit? Das gebe ich doch nicht. Hier kommt der Honig rein. Da kommen die Schimmel-Sandwiches rein. Da haben wir schon... ...viele. Was? Ähm... Ja. Hier oben... ...kommen die Schuss rein. Hier kommt... ...die Waffe rein. Ja, wir müssen mal die Pistolen auseinandernehmen. Dass wir zwei gute haben... Das ist ja gaga so. Das können wir in der Nacht übrigens mal machen. Das machen wir mal. Ich wollte noch ein bisschen Stein besorgen, ne? Ja, das wollte ich ja mal ein bisschen Kohle. Das kommt auch nochmal hier rein. Das kommt hier rein. Und das hier kommt da rein. Und... Die beiden kommen hier rein. Dann kommt das alles da rein. So, trinken wir nochmal was? Mhm. Mhm. 100 Prozent. So, Glass-Jars haben wir erst vier. Aber wir könnten nochmal Golden Rot trinken. Ja. So, dann kommen die Shells auch noch hier rein. Und jetzt werden wir mal ganz kurz hier mal... Das ist ja ein Trauerspiel. Haben wir hier noch Pistol, Pistol Parts, Pistol Receiver, Pistol Grip. Okay. Das machen wir mal eben. Wir kombinieren mal eben die beiden. Und dann... Äh, das ist natürlich das Inventar voll. Einen kleinen Augenblick. Ich tue mal eben den Shizzle hier rein. So. Nehmen wir gleich wieder raus. Alles klar. Gut. Dann... Nein! Falsch geklickt. Die macht klick ich falsch. Assemble. Wir tun das hier so aus. Und machen dazu. Dann... Assemble. Hier genau das gleiche Spiel. Wir werden jetzt Superwaffen herstellen. Okay. Dann... Hier auch. Ich werde jetzt einfach... Ich mach... Zwei Waffen reichen. So. Dann werden wir jetzt schon mal kombinieren. Also, ich meine, sobald das geht mit Superwaffen, ne? Ich weiß nicht, was immer die schlauste Variante ist. Ob man was Gutes, also das Beste, was man hat, nimmt und dann die Kleineren da reinbaut. Oder ob man die Kleineren zusammenfügt. Ich weiß nicht, was im Endeffekt effektiver ist oder ob das überhaupt einen Unterschied macht. Wisst ihr, was ich meine? So. Assemble. Klack. Dann... Assemble. Klack, 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 klack. So. Und weiter geht's. Ja. Sorry, Leute. Das ist ja... Kommt auch noch ein bisschen Muni zu... Ne. Siehste. Okay. 127. Ich weiß halt nicht, was hier... Das bringt irgendwie mehr, ne? Oder bilde ich mir das jetzt ein? Ja. Okay. Wäre das ein noch besser. Aber ich muschel hier so vor mich her. So. Das kombinieren wir auch. Da haben wir schon rote. Das kombinieren wir hier mit. Das kombinieren wir damit. Und das kombinieren wir hier mit. Und das damit. Ja. Das ist jetzt auch geil spannender Scheiß hier. Aber ja... Das muss auch gemacht werden. So. Dann... Assemble. Und nochmal Assemble. Vielleicht kriegen wir auch nur eine richtig gute Waffe hin. Assemble. Ich weiß auch, dass man die verkaufen kann. Das ist mir alles klar. Aber ich werde die jetzt trotzdem kombinieren. Weil man hat halt immer so viel vor in Seven Days und schafft das eh alles nicht. Deswegen mache ich es jetzt einfach mal so. So. Äh, genau. So. Hier haben wir doch jetzt schon mal gescheiten Schüssel. Dann kombinieren wir das noch damit. Und das noch damit. Uiuiui. Hier ist alles so ein bisschen bedenklich, ne? Das kombinieren wird auch. Und das hier. Und das hier. So. Einmal kurz sortieren. Gucken wir hier noch. Wir machen eine gescheite Waffe erst mal. So. Ähm. Ich weiß, wie viele... Mir ist bewusst, wie viele Waffenteile hier gerade drauf gehen. Aber... Das ist jetzt so. Ich bin jetzt hier gerade im Kombinierungswander. Hält mich keiner auf. So. Dann sortieren wir mal, damit ich das hier leichter im Überblick habe. So. So wird es halt. Also so mache ich das jetzt halt. Ich weiß noch nicht, wie viele Tausende Euro ich dafür gekriegt hätte. Für diese wahnsinnige Idioten-Nummer, die ich jetzt hier gerade abziehe. Aber... Pfff. Genau. So. Ich will halt eine super Waffe haben. Und so ist das. Ja, okay. Das ist jetzt blöd. Das werde ich jetzt nicht mehr machen. Das lasse ich übrig. Na gut. Dann assemblen wir mal. Avengers. Da kann ich eine Dingens drauf schneiden. So viel besser ist die jetzt nicht geworden. Aber mir ist das egal. So ist das super. Okay. Dann haben wir das. Das. Guck mal. Dann haben wir hier noch Platz. Ich hätte gerne eine coole Magnum. Magnum mag ich schon gerne. Das ist ein Magnum-Frame. Der Zylinder ist voll gut. Die beiden könnte ich kombinieren. Hier könnte ich bestimmt auch kombinieren. Komm. Wir machen jetzt auch nochmal eben die Magnum hier durch. Sonst habe ich nichts mehr. Eine Hunting-Waffe. Blablabla. Nein. All right. So. Die Magnum. Das muss jetzt auch nochmal eben sein. Wieso mache ich eigentlich immer das auf? Kann mir das einer mal erklären? Assemble. Blöng. 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 Ja. Ich habe es verstanden. So. Dann kombinieren wir das mit dem. Das damit. Das damit. Das damit. Und die Parts sind halt hier so. Okay. Alles klar. Aber jetzt haben wir eine gelbe, fast funktionstüchtige Magnum. Das ist doch auch super. So. Cool. Jetzt haben wir hier etwas Platz geschaffen. Das sind alles noch Pistol Barrels. Okay. Die könnte man noch besser machen. Wie ist denn das Pistol Barrel hier drin? Na, das ist schon ziemlich gut. Das ist halt nicht so ganz... Was heißt nicht so ganz geil? Weißt du? Blau. So, hier haben wir 213 Schuss. Jetzt haben wir eine lilane, violette, wie auch immer, ähm, Dingens, Bummens. Das ist gut. Das gefällt mir so. Jetzt nehmen wir hier den Schuss wieder raus. Ich gucke mal, ob unten noch Stein ist. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Wir werden jetzt mal eben nach unten laufen. Ich weiß nicht, ob ich auch noch ein paar Plant Fibers brauche. Das können wir mitnehmen. Das können wir mitnehmen zum Einschmelzen. Äh, blüm, blüm, blüm. Ich glaube, das war's. Gut. Dann gehen wir jetzt nach unten. Rum. Neu, neu. Ach, die Challenge da oben, Kill Bears. Wie lange nehme ich denn auf? 25 Minuten, meine Lieben. Ich hole euch gleich wieder dazu. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass ihr auch in der nächsten Episode wieder einschaltet. Bis dann. Aloha.